... aufgetreten und wir begreifen das. Ein Jodlerfest mit Jodelgesang, Alphornblasen, Fahnenschwingen und nicht vergessen, der Büchel. Und wenn das so gut gespielt wird, wird von diesen beiden, nämlich von Urs Zielmann, der die Komposition geschrieben hat, und von Rudi Stalder von Schüpfheim im Entlibuch, das Bücheltuch, Klosterbühl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020